hi leute willkommen zurück zu einer weiteren folge single let's play ls 15 auf der ends am gebirge map so und wie versprochen wir wollen jetzt mal gras mähen damit wir so langsam die produktion der kühe in die höhe treiben so steigen wir mal ein schmeißen die mühle an und dann geht's auch schon los ich mein ich weiß ungefähr wo ein schönes feld ist zum gras mähen schauen wir mal ob es auch ist wo ich mein müsste normal jetzt eigentlich direkt drauf zukommen schauen wir mal dann gehen wir mal aus öffnen das tor tür zu und fahren da mal rein ja was ganz komisch war ich habe die karte hochgeladen und ihr seht da unten im multi overlay hat bei den kühe ist alles grün ja nach dem hochladen wieder für dieses let's play zu drehen war plötzlich gras und silage und die mischration war aufgefüllt keine ahnung wieso weshalb warum ich weiß es nicht war plötzlich einfach drin ich war mir kann es recht sein so schmeißen wir mal alles an schauen ob die breitablage deaktiviert ist hier ist sie aus hier auch gut dann können wir weil ich habe ein mähwerk das macht gleich schwarz ablage da ich keine lust habe jetzt großartig noch eine schwarz zu legen habe ich mir gleich ein mähwerk genommen dass eine schwarz ablage dabei hat die ballen aus dem letzten video die wir umgekippt haben beziehungsweise ich habe ich wieder aufgesammelt schön hingestellt neben die anderen ballen die stehen geblieben worden jetzt sieht das auch wieder ordentlicher aus ich hoffe das funktioniert jetzt hier besser den ballen wenn wir sie abstellen denn wir müssen ja ballen machen da wir keine futterhalle haben oder besser gesagt ein futterlager wo wir das gras einlagern können haben wir hier leider nicht oder ich habe es noch nicht gesehen falls es eins gibt und ich es nicht gesehen habe könnt ihr gerne in die kommentare schreiben wo es steht damit ich auch weiß wo es ist wir gucken ob das collie hat natürlich hat es collie hm 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 ja zu abwechselnd habe ich mal den orangenen fend genommen dass er auch mal zur geltung zum erscheinen kommt nicht nur der blau weiße der blau weiße gefällt mir ein wenig besser aber er soll ja nicht unter der farbe leiden er soll ja auch zum zug kommen ja das erste feld feld nummer 10 ja das erste feld feld nummer 10 gedüngt ist es schon wir müssen es nur noch grubbern das wir es ansehen können das wir es ansehen können da bin ich auch noch am überlegen was ich mache wahrscheinlich werde ich ähm der erste drauf hauen da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher mal aufpassen collie da ist doch ein schöner schwung den wir hier jetzt mähen da gibt ein paar ballen da werden wahrscheinlich auch noch äh nicht nur grasballen mähen äh äh grasballen pressen sondern auch noch ein paar dann zu silageballen wickeln mal gucken wie viel es gibt dann grasballen dann werden wir das schön aufteilen die hälfte gras und die hälfte silage jetzt volle hier weg werden das ist auch noch super Vielen Dank. Die Gras Textur habe ich mir auch geändert, ist nicht die originale. Das ist die von der Ammergauer Alpen, die ich hier reingemacht habe. Die hat mir ein wenig mehr zugesorgt. Jetzt müssen wir es aber auch gleich haben, denke ich. Ja. Es gibt was, mein lieber Mann. Ich habe nicht gedacht, dass es so viel ist. Doch mehr als erwartet. Sonst hätten wir jetzt noch eine Wiese suchen müssen, die wir schnell gemäht hätten. Aber die reicht vollkommen. Für den Anfang ist das okay. Ja, noch einmal runter, einmal hoch. Dann dürften wir es auch haben. Jetzt kämpft er sich ein bisschen ab. Aber er packt es. So, und dazu geht es besser. Dann fahren wir noch einmal hoch. Dann war es das. Da haben wir genug Gras gemacht. Dann können wir uns eigentlich gleich noch die Ballenpresse anschnallen. Noch ein paar Ballen machen. Dann fahren wir wieder heimwärts. Das ist alles schön. Ich muss es jetzt nicht mehr schwaden. Ich habe einen schönen Schwad gelegt. Und dann kann man es jetzt einfach pressen oder einsammeln. Wie man will, wir pressen es. Dann fahren wir es hier auf dem Hof. Dann wird es langsam eng auf dem Hof. Ich muss mal gucken, ob wir es hinstellen. Ich würde sagen, das stellen wir hier hinten hin. Dann müssen wir es mal aufkloppen zum hinlegen. Sonst kann es passieren, dass es umfällt. So. Und das Frontmähwerk stellen wir gerade dazu. So. Dann sieht man auch die Ballen, die ich gestapelt habe. Wie versprochen, schön daneben gestellt. Und dann geht es auch schon los. Da steht sie. Jetzt bin ich gespannt, ob ich Ballen pressen kann. Gras, weil schon Stroh drin ist. 26%. Das werden wir jetzt nicht rausfinden. Ich hoffe, es funktioniert. Also ich habe keine Strohschwad mehr. Bis wir den letzten Ballen da rausbekommen. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe, es klappt. Sonst haben wir ein Problem. Und Probleme sind schlecht. Jetzt bin ich gespannt. Nein. Es geht. Gott sei Dank. Es funktioniert. Jetzt können wir schöne Grasballen pressen. Es ist aber jetzt nicht so schnell voll wie mit Stroh. Bei meinem Glück bleibt es natürlich genau oben am Berg mit 4000 Liter stehen.